hallo hier ist der martin von money man kees dass die dax analyse für nun mittwoch den 8 11 2023 ja und unser dax versucht sich hier irgendwie noch so ein bisschen zu halten und motivation zu zeigen aber unter der haupt ist das ziemlich lahm weiterhin auch als auch der dienstag der dürfte wahrscheinlich nicht stelle vielen riesenfreude bereitet haben ich denke so kompliziert hat das nicht gemacht aber wer hier in ausbruch treten wollte der dürfte er ja im minus rausgegangen sein weil jeder ausbruch versuche egal ob oben oder unten immer wieder reingezogen wurde mir hatte das auch schon ein bisschen gesagt dass ich eher mit der handbremse an das noch betrachten würde weil einfach der umsatz so gering ist dass ich erst von ihm sehen will dass er wieder kraftvoll richtig raus drückt wir haben jetzt hier eine grüne tageskerze bekommen es sieht halt nach wie vor noch echt nach einer flagge aus aber ich bleibe da bei meiner meinung wir haben oft ähnliche situationen im dax gehabt aus denen er quasi nur schwächt oder so 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 angetäuscht hat bis denn die ganzen leute die vorher gegen die aufwärtsbewegung short gehandelt haben das einfach aufgeben ihre position glatt stellen gibt er doch noch nach hinten runter und deswegen würde ich hier wirklich einfach ergebnisse einfordern ich will dass der treibt ich will dass der schiebt nach oben dann gehe ich auch gerne long aber wenn ich so ein geier sehe wie das was wir jetzt am am dienstag auch hatten das ist meine motivation nicht tolle groß da irgendwie aufzuspringen weil was soll es auch bringen halt dann sitzt stundenlang in einem trade der irgendwie nicht richtig anläuft ich glaube man hat hier gut punkte machen können wenn man aber eher auf eine range gezielt hat also richtung gebt losgehandelt hat alles was halt nicht mit einem ausbruch zu tun hat weil egal ob hier unten short oder hier oben long das hätte in dem falle nicht geklappt wir sind unten im tief glaube ich nicht mal richtig auf unserer 15 65 gewesen hier oder wo ist tief gewesen doch 68 naja ganz knapp hier auf unserer linie hat er sich aufgestellt kam mir sogar noch höher vorher ich kann nicht registriert damit hat er unten ein weiteres ziel abgearbeitet und ich würde da einfach auch wirklich dabei bleiben wenn er sich jetzt erneut runter kippt ich weiß nicht die 1 50 ist natürlich eine schlechte orientierungsmarke zum was haben wir jetzt mittwoch wird vielleicht so 1 30 1 20 ja unterhalb von 1 30 und 1 20 würde ich das dann als gescheiterten hoch hier oben werten und davon ausgehen dass er dann noch mal probiert tiefer zu setzen wahrscheinlich zieht er auch von dem tief dann noch mal hoch aber so stück für stück wird er dann eben weiter dem gap close hier kommen und dann haben wir gestern auch schon gesagt dass er bestimmt dann eben durch sticht wenn er denn einmal dann anfängt zu ziehen weil alle welt wahrscheinlich dann hier beim gap close denkt naja das war's jetzt und jetzt geht er oben raus und dann rumst der hier noch mal und wird schnell und richtig nach unten das wäre auch sehr typisch für den dax und deswegen würde ich dann wenn er denn hier unten weitermacht wirklich dann eher auch eine 9 30 9 60 an zielen aber es ist schwierig zu unterfangen weil es ist schon man muss schon sagen formal betrachtet ist es eine art flagge es ist auch eine es ist nicht mal eine art flagge es ist auch eine ja und von der flagge sagt man dass das ein trend fortsetzungs muster ist dass den vorherigen trend unterbricht das wäre in dem fall hier der aufwärts trend von 15 600 kommen sind hoch bis 15 hat 14 600 kommen hoch bis 15 2 80 und dementsprechend potenzial hätte der dax dann auch auf der oberseite von da wo er sein tief denn dann gefunden hat na also können wir hier kennt das ja mit den kästchen arbeiten können wir hier wartet mal wo ist es denn hin rechteck könnte man jetzt hier wieder anziehen und könnte sagen okay wenn die flagge bricht hätte der dax theoretisch folgendes anschlusspotenzial sehe ich so nicht 100 prozent aber das sollte man so auch mal in betracht ziehen je nachdem wo die flagge dann ihr tief setzt na also und anfängt nach oben dynamisch raus zu treiben können theoretisch auch hier werden können theoretisch auch auf die auf die auf den gap close oder dann 39 werden und dann schiebt das ist hier noch mal richtung jahres ende einfach ein bisschen nach oben halt na aber das ist theorie und wie gesagt ich würde mich nicht einfach so in den markt rein stellen und versuchen irgendwie meine meinung zu späten weil ich jetzt glaube der muss jetzt steigen oder fallen sondern wirklich darauf achten was die markt teilnehmer denn mit ihm machen und wenn ich hier sehe hier kommt auf schlusszeiten wie 9 uhr 8 uhr 14 30 15 30 mal richtig kaufkraft wieder rein dann würde ich auch long mitgehen ja dann würde ich versuchen dort aufzuspringen und in die trendfortsetzung rein zu handeln denn wir sind im november wir sind im dezember das sind jetzt starke monate die noch mal vor uns liegen rein statistisch betrachtet wir sind auch vom november auf jeden fall erstmal stark angelaufen na und das kann er auch fortsetzen und das kann er weit weit auch fortsetzen gerade wenn hier der abwärtstrend bricht ja also dann haben wir ganz ganz neue möglichkeiten die er technisch dann noch oben anspielen kann und deswegen würde ich mich jetzt in der aktuellen phase ausbruchsbewegung oberhalb dann nicht verwehren aber ich will halt wirklich saft auf der leitung sehen und momentan sieht man den nicht und solange da kein saft reinkommt kann er hier echt auch noch weiter abkleckern ja und hier noch ein tief reinstellen und dann wieder hoch und dann noch mal tief und mal oben bisschen antäuschen und unten und es ist hier der abwärtstrend der gerade unter beschuss steht na aber kommt nicht raus momentan kommt da raus und dann legt er noch mal so ein zahn hin wie hier die möglichkeit hätte rein technisch betrachtet na und das würde ich so einfach im hinterkopf behalten ja aber wenn wir schwäche sehen auch wie am vortag stück für stück einfach hier noch weiter nach unten lassen und nicht zu früh zu viel pulver verballern wenn der hier eher noch zur seite drückt ja gut tageschart war grün ja mal gucken was er daraus macht also auch hier aus der perspektive ja dass der ganz große trend der wäre im bereich um mittlerweile 350 360 dann anzusiedeln das wäre dann ein bewegungs ziel wenn er diese kleine flagge nach oben gelöst kriegt ein erster bewegungs ziel und wenn er dann natürlich hier oben auch aus dem trend rausgeht dann dreht man hier über eine 200 tage linie die dann wieder erreichbar wird und dann dreht man auch über hier ein gap close der dann erreichbar wird bis keine ahnung weihnachten neujahr auswechseln na also gucken wir mal ein bisschen genauer hin jetzt hier die nächste zeit bis hier aber ich glaube fast dass er uns zum mittwoch auch nicht wirklich erlöst sein kann mir gut vorstellen dass der umsatz erstmal noch so gering bleibt gut freunde ich mache hier jetzt aus wünsche euch gutes gelingen zum mittwoch und dann hören wir uns morgen wieder für die anlöse zum donnerstag bis dahin dann tschüss